Herzlich Willkommen beim Bauer Agency Cup. Guten Morgen, mein Name ist Uli Potowski. Endlich mal ein Fußballturnier ohne Alkohol. Menschen in Fußballtrikots, wie ich sie noch nie gesehen habe. Können wir das mal gleich zeigen hier. Spielt ihr mit? Ja, super Fußballkleidung. Ist das euer Trikot heute? Nein, das ist nicht euer Trikot. Wir sind nur die Fans und wir unterstützen unser Team. Welches Team? Die Begnadenwaden. Das klingt... Wie? Die Begnadetenwaden. Die Begnadetenwaden. Dankeschön für den kurzen Eindruck. Das sind so Menschen, die hier offensichtlich nur ihre Mannschaft unterstützen. Sieht schon gefährlicher aus, selbst die Fans. Also, ich bin mal gespannt, wie die Werbeagenturen Fußball spielen können. Wir kümmern uns darum und viel Spaß beim Zuschauen. Musik Christ! Kein Kinderspielgarten hier! Musik